Achso, ich muss das Spiel starten. Ach, ich bin ja auch... Tussl. Ja, ich bin Tussl. Tussl, habe ich gesagt, nicht Tussl. Ach, Fussl. Tussl. S-C-H. Was ist denn? Wasch dir mal die Füße. Also ich hätte es bei Tussl gelassen. Einen wunderschönen guten Tag hier, meine Damen und Herren. Wir sind hier beim Autoscooter und wir haben auch noch einen Ball mitgebracht und mit dabei ist der Blonky und die Pinky und ich bin der Murphy und wir werden jetzt gewinnen, hoffe ich doch. Hallo. Hallo. Blonky hat Kotze als Antenne, habe ich jetzt verstanden. Wir haben den Scherze. Wir müssen alle unsere Füße waschen. Ja. Oh mein Gott, ey. Wie noobig ich jetzt wieder an der Wand rumgleite. Und nein. Das geht, also das, ja. Was macht das denn? Jägermeister. Profi. Ja, sein Profilbild. Geil. Yoda. Mhm. So. Nochmal. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Nein. Oh, da werde ich von hinten gerammt, ey. Mann, Mann, Mann. Diese Remmung. Äh, Rammung. Diese Remmung. Ich wollte Hemmung sagen. Wir sind heute wieder im Deutschunterricht hier. Lasst uns neue Wörter erfinden. Remmung. Da kommt doch die Remmulade her. Was? Das ist ja von Remmung. Alter, habt ihr das zuhause? Nein, wir sind nur gut gelaunt. Oh Gott. Irrt, ey. Oh, oh. Nix, oh, oh. Pinky-Kopp geflogen. Das ist Grund genug für eine O-O. Ja. Dein Ernst? Nein. Der Onkel macht nur Spaß. Nein. Der Onkel macht jetzt hier... Ah! Ein Tor! Das wäre doch ein Tor gewesen. Jawohl. Oh Mann. Das gibt's nicht. Guck da. Ja, Pfosten. Ah, voll Pfosten, ey. Voll Pfosten, genau. Okay. Hä? Was denn? Oh, 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 oh. Ah, Superblonky, ja, die er verteidigt. Rutscht nach vorne. Ja, wir rutschen nach vorne. Wir pushen. Wir pushen. Und? Pinky? Nee, ich hab mal schon Pfosten gedrückt. Wieso denn? Weil ich's kann. Weil ich's kann. Weil ich sie hab. Einfach nur, weil ich sie hab. Ja. Einfach nur, weil ich sie habe. Da wollte ich zu viel. Ich war zu stürmisch. Ja, 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 ja. Zu nervös. Oh my goodness. Ja. Okay. Ey, 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 ey. Weg hier. Also, ehrlich, ey. Weg hier. Oh, oh. Habt ihr denn hier alle immer mit eurem Scheiß? Oh, oh. Das ist doch schön. Oh, oh. Das sagt so viel aus. Jetzt ist oh, oh. Es ist in der Zeit gewandert, mein oh, oh. Also. Wusstet ihr, dass das jetzt passiert? Weil das der zweite Jägermeister ist. Das sind zweimal. Das ist wohl, die spielen wohl zusammen. Krass. Ob die von einem Rechner spielen? Kann das, geht das? Ich weiß gar nicht. Bestimmt. Weiß ich nicht, ob die mit. Ich weiß es auch nicht. Oder so mit geteiltem Bildschirm oder so. Aber nee, das glaube ich nicht. Na, wer weiß. Nein. Nein. Okay. Machst du mich nach? Was soll denn das, Pinky? Ey. Ey. Oh. Oh, wow. Alte Scheiße. Geh doch zu Hause. Du alte Scheiße. Wortwahl. Ist ja gut. Murphy. Na, zu Hause sagt man nämlich nicht. Genau. Nicht zu Hause sagt man nicht. Das ist Hema. Geh mal heben, ne? Ja. Also wirklich, Leute. Ihr müsst euch doch mal ein bisschen absprechen hier. Wer hier den Ball berührt. Das sagt, das sagt. Was? Das sagt du. Oh mein Gott. Nein. Nichts da. Was denn? Pinky ist hier. Immer dieses Däme Matchbox-Auto kommt mir in die Traile. Sag mal, was ist denn das überhaupt? Das sollte mein Auto werden. Da habe ich stehen gebrochen. Wie hoch kommst du denn mit deiner Stimme? Sag mal. Jetzt ist sie kaputt. Oh, da ist sie wieder. Luft holen, Pinky. Oh mein Gott. Alles ist gut. Puh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Wirf. Das ist unglaublich. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, sie dich da finden. Oh, shit. Nein. Oh, ich krieg schon Bauchschmerzen. Man soll Betrunken und Pinky ist mir ganz stark. Ich bin nicht betrunken. Ja, aber eine Pinky. Aber eine Pinky, ja. Ah, Gott. Ach, Mann, oh Gott. Na, weg mit dem Ball. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ja, ja, ja. Ja, das versuche ich ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Wird er schwimmen? Ich komme falsch. Ah, shit. Was? Was? Ja, was hast du gesagt? Was ist denn das los? Ja. Ach, shit. Ach, das war so knapp. Das war so knapp. Wie sind alle geflogen, komm. Wir hatten die Chance, das war's. Das war's. Und die machen jetzt auch noch ein Tor. Ach, Mann. Ich bin eine Revanche. Eine Revanche, jawoll. Dann wieder. Na ja. Nein, das ist eine andere Revanche. Das ist genau. Komm, mach noch ein Tor, komm. Nein, machen wir nicht. Haben's aber gut gemacht. So, neue Rundeleuchtung. Ich hab eine Kerze als Antenne. Und ich hab eine Kerze als Antenne. Ich zersprühe hier ganz viel. Ich hab eine Piniata als Antenne. Ah, Antenne? Antenne. An, 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 an. Murphy. Du bist das. Du hast mich angerempelt. Ja. Überleg mal, warum. Ja, ja. Mist. So. Äh, Blonky? Du wolltest das Gleiche wie ich auch? Ja. Ich hab ihn berührt, aber schade. Ja, manchmal ist das zu viel schon. Ja, manchmal. Toll. Hey. Oh. Jetzt. Jetzt. Ah. 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 Ich will nicht an einer Kausse hier lecken. Nicht? Nee, heute nicht. Heute nicht? Okay. Dann halt morgen. Oh, oh. Ah, super, Mace Pinky. Er hat hier geklärt. Oh, ich werde explodiert. Ich bin explodiert. Er hat dafür mit dem Lieben bezahlt. Mit dem Leben, meine ich. Mit dem Lieben. Wir haben es heute echt. Ja. Das macht die Handrunde von eben. Ja. Sorry. Oh, Gott. Oh, die Piki fliegt. Er fasst sie einfach. Oh. Kriegen wir denn überhaupt was geschissen hier? Ey, sag mal. Nein. Oh, der geht rein. Nein, geht er nicht. Oh. Nein, geht er nicht. Oh. Oh. Der geht nicht rein. Puh. Oh, sag mal. Ich will ihn da nicht drin haben. Ich kommentiere das jetzt nicht. Lass es sein. Seit wann saust du den Satz? Was jetzt? Lass es sein? Oder ich kommentiere das nicht. Ich möchte ihn nicht drin haben. Das ist ja... Ähm, ja, also, weißt du, da gibt es Situationen. Ich fahr mir wieder was zurecht. Hast du was gegen Flüchtlinge oder was? Ich fahr mir was zurecht, hab ich gesagt. Wasch dir mal deine Füße. Ja, ja, wer da... Nein. Oh. Der war so safe. Der war... Der war nicht safe. Ja. Du hast wieder falsch geguckt, hast du. Der war safe. Der war... Der war... Ich war eben gerade eine Ballerina. Was? Oh, oh. Hast du schon Tagträume jetzt? Oh. Oh. Das kann man alles auf meinem Kanal sehen, wie ich da rumgetanzt habe. Ja. So, erst mal weg damit hier. Und wieder... Vorwärts. Neun. Mein Ball. Meins. Das ist ein Pro Gaming hier. Uffi. Ja. Ja. Oh. Passspiel hier. Mit den Gegnern. Das Glück ist im Zufall. Aber trotzdem genial. Sehr gut. Wenn ich da rumgetan geschossen habe. Das geht nur über du. Ja. Keine Ahnung. Aber trotzdem. Oh, 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 oh. Sehr gut. Ich hab ein Déjà-vu gerade. Aber am Anfang noch bei mir beschwerend. Immer so ein bisschen, oh, oh. Ne? Hä? Ja, wir können das. Wir können das. Alles auf meinem Channel zu sehen. Jawoll. Jawoll. Ich bin hinten, kurz. Willst du was holen? Oh, 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 oh. Oh, der geht nach vorne, Leute. Und der geht. Ah. Shit. Hey, was machst denn du? Hä? Wie, was mach ich? Ja, ey. Hast du mal den Looping gesehen, den du gemacht hast? Ja, ja, ich hab... Ich bin doch kein Pro Gamer hier, ja? Alles noch Übung. Jetzt würde ich dich deabonnieren. Okay. Viel Spaß dabei. Dann mach ich das bei dir auch so. So, wie du mir, durch dir. Ich hätte dieses Hoffnung in dich. Oh, was? So, jetzt, jetzt, jetzt. Nein, komm zu weit, komm zu weit, komm zu weit. Ah, du immer mit einem Fliege. Na, ich kann das wenigstens. Kann ich auch. Du mit Boost, ich zeig das. Aha. Zeig's mir. Dass du fliegen kannst. Sie haben einen Sieg. Sieg. Ich bin wieder hinten. Kriegen hier künstliche Intelligenz. Kein. Okay, ich komm wieder nach vorne. Äh, nein. Ich bin wieder hinten. Bäm, Junge. Was ist da los? Wow. Binnie, wow. Nach zehn Schubversuchen, sechs Absturzen hat sie es geschafft. Durch Fliegen ein Ball. Was? Guckt's euch an, Leute. Guckt's euch an. Hä? Wahnsinn. Du bist da, Wahnsinn. Ich hab doch was drauf. Du bist da auf dem nächsten Cover von... Nein, du hast etwas schiefer gekauft. ...Rocket League. Kann doch nicht sein. Ich hab keinen Boost. Ich hab keinen Boost. Fahr doch einfach mal über die orangefarbenen Felder. Halt die Klappe. Entschuldigung. Siehst du, ist auch durch das Fliegen. Hab ich nicht gesehen. Ja. Oh, da geht's rein. Jetzt kriegen die wieder einen Veteranen, natürlich. Crazy Maloney. Also, komm, lassen wir ihn jetzt mal nicht von ihm. Nein, lassen wir nicht. Lassen wir nicht. Hä? Bitte was? Ist Veteran eins oder zwei höher als Profi? Äh. Keine Ahnung. Weiß nicht, was nach Profi kommt. Ich denke, nach Profi kommt ein Veteran. Ich glaube, da kommt Meister und dann Veteran. Wann kommt denn, äh... Und Rocketeer gibt's ja auch irgendwie. Ey, das ist das Höchste wiederum. Ach so, ah, okay. Rocketeer, das hat mir mal Wölz-Mädchen erzählt. Das, äh... Typisch als Höchstes. So schief. Ja, ich weiß. Und da ist drin. Nein. Ich hab's versucht, aber es war scheiße. Es war wieder mal scheiße von mir. Von mir aber auch. Und am Ende war scheiße von Murphy. Ja. Murphy ist schuld. Ja. Ich seh's ein. Okay. So, ah, list. Aber was für eine Verteidigung hier. Ja. Ja, das ist der Wahnsinn. Da kämpft er sich bis nach vorne. Geise. Und da war keiner mehr. Ja. Wir haben so top zusammengearbeitet, ne? Und dann fehlt Pindy. Und macht ein Tor. Was? Ne, der Blocki. Hä? Wow. Da war die letzte Ballberührung. Und dann schießt er sich selber in ein Tor. Ach so. Wir haben uns eine Chance gegeben. Ja. Wir haben jetzt so 10er rein. Warte. Danke. Jawohl, Murphy. Ja, schon wieder kein sovies. Nein, 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 nein. Sau wurde erklärt von nur. Yeah. Jawohl, Murphy. Yeah, yeah. Oh, nee. Wie guckst du denn du? Äh, schief. Wow. Und ich habe keine Parade bekommen. Willst du mich verarschen? Da hat ein Tor reingeschaut schon. Ich weiß. Ich habe es auch gesehen. War dabei. Ich war mit drin. Videobeweis. Ich habe Videobeweis. Ach, shit. Bitte. Oh. Leute, er kommt. Der geht rein. Oh, shit. Oh. 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 Ups Haha Ja, 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 bitte, bitte Seid jetzt nicht Ach nein Es war keiner da Ich war, ja Ich war in der Nähe, aber ich war selbst hier beschäftigt Beschäftigt Betroffen Ach manno Ach manno Nein Nein Meine Damen und Herren, so sieht es aus, wenn jemand da ist So sieht das aus Ich frage mich trotzdem, warum die den selben Namen haben Keine Ahnung Die werden als Team spielen, aber vielleicht sind sie auch selber IP oder keine Ahnung Vielleicht ist das auch nur einer und der hat zwei Namen Hm Hm Ja, zwei PCs sind immer noch Hahaha Wiss Da spielt hier so ein Käfer spielt da mit ganz vielen Armen Ohhhh Hahaha Das sah jetzt schön aus gerade, sorry Nein Nein Mann So, Entschuldigung für den Ausraster, aber Ach Das war ein totaler Ausraster Na hier so ein, so ein Wutanfall Mh Mann Also, wenn das dein Wutanfall ist, ne, dann hat man ja gar nichts zu befürchten Naja, nee, es ist noch, äh, das ist nix, das ist Ja, ja, bitte, bitte, bitte Nein, der geht vorbei Was, wie geht das Wow Nix Nix Nein, nein Ich hab nix gesagt Bucht deine Brille Ja Ist ja gut Mach ich Ja 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 Ja, ja, ja Sehr gut Nein, 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 schlecht, schlecht, schlecht Schlecht Ganz schlecht Ganz schlecht Ja, ich bin, ich hab keinen Boost Oh Entschuldigung, mein Fehler, ich hätte hinten bleiben sollen Mano Oh, Mano Oh Oh Oh, ich wollte ihn noch rausholen Shit Zum Glück hab ich das jetzt nicht gesagt Shit Ah, der ist ja noch nicht, ach, Mist Na gut Hä, ich hab Fallrückzieher bekommen? Hab doch keinen gemacht Oh Haben sie dich zerstört? Ja, ja Donkey Ah Nein, nein, nein Nein Ah, shit Ah Wenn die jetzt so einen reinmachen, dann flippe ich aus Nein Nein, 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 nein Wir sehen uns beim nächsten Mal, tschau Nein, 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 nein